Hey Wurzler, Willkommen bei einer neuen Gemüterin. Entdeckt den Grunde auf meinem Kanal. Heute müssen wir ein bisschen was planen. Ihr seid rausgefunden, dass man die Saus vermeidet. Und wir breiten uns auf das Fundament. Wie heißen die jetzt? Die Dingleitung, wenn wir jetzt mal von denen sind. Genau. Die müssen jetzt, äh, das wird auch für den Diensten gebaut. Hallo Gurken. Hallo Gurke. Und dann müssen wir jetzt nur noch raus gucken, wo wir die Bude hinstellen. Oder die Bude hinst. Ich habe jetzt auch, wie auch viele Jahre zeigen, umgeschlecht. den Lesbigen. Ich habe dann noch ein bisschen Einstellung geschickt. Weil, dass mit dem drei Folgen für euch kein Wüstiger neue Gemeinschaft. Schauen wir mal vorbei. Wir brauchen ja die Gäber. So, dass dann die Bude kommt. Ich weiß, glaube ich. Das war doch lieber. Wir ließen uns nicht alles durch. Und jetzt. Was ist denn? Ich weiß nicht. Aber es ist schon wichtig. Wann, dass ich... Ich weiß nicht. Dann machen wir den Schnitt und dann rüber zu den Fischteils und dann jagen wir mit dem Tisch. Dann haben wir zumindest mal wieder so weit gehalten. Dann gehen wir mit den Füßen. Aber vorerst kann ich erst mal, dass wir diese Füße fertig bauen. Das wäre mir ganz lieb, dass wir mal diese Holzgenau da wegkriegen. Und dann soll ich das Gestelle reinsetzen. Da. 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 diesen Scheiß, denn diese Pflanzentasen gehen mir erst auf den Zähnchen an. Ich habe jetzt einen Schuh, den ich hier habe, den ich hier habe, den ich hier habe, den ich hier habe, dass ich hier habe. So, nochmal zurück zu meiner Frage, wie das bei Oeverseis, ja da habe ich ja vorhin erwähnt, dass hier kaum noch die Jahre so rumbleisen. Mein Brust, dann sieht man gar nicht so sein, aber so wie ein Reh, Bär, dann wird es wohl ausgedrückt machen. Ich habe gestern Tag und Schreibe eine Stunde gesucht und nichts gefunden. Ich habe gestern, was ich wirklich gut gemacht habe. Ich habe gestern, was ich wirklich gut gemacht habe. Bevor wir jetzt aber fischen gehen, haben wir jetzt diese Vatils noch fertig und planen und machen es aus. Okay, ich brauche da mal drin. Die Sprachen schmeißen es dann, wenn wir noch. Cool. Die Sinne. Ich bin, okay. Ich bin noch nicht ganz weg. So. Weiß mal, die Mike's aus. Wenn wir jetzt einmal so zu den Geländer rumziehen. Das wird sagen. Das ist ja. Habt ihr auch gerade mal gehört. Ihr habt gerade gedacht, ihr seid ihr da? Kommt das Bär rein. Die Bude wird so fest. Die Bude wird so fest, dass wir sind. Das wird ein Ballast. Wir müssen sie aber auch noch verstärken. Ich denke, dass wir die Ausmauern hätten hier mit Büttern schützen müssen. Und auch die Ausmauern müssen wir gut aufbauen. Und die Stachelwaffen müssen wir gut aufbauen, weil da was an Videos gehen. Da gibt's so. Und wenn du eine kleine Gruppe sind, wenn du jetzt kommt. Da geht's rund. Und dann Ich will nicht mehr sehen, dass wir uns nicht mehr sehen. Ich will nicht mehr sehen, dass wir uns nicht mehr sehen. Dann würde ich sagen, wir landen ganz scheiß mal in die Küste und gehen jetzt ganz mal in die Küste. Wir haben ja jetzt so ein gut und gönig. Es ist so lange, was wir brauchen. Ich muss sogar durch Nachdenken nicht an den Scheiß erzählen, aber wir haben ja ziemlich das. Wir haben ja alle Tests zueinander. Ich denke es mir, dass wir locker, wenn die Leute kommen und die Bauteile durch das Auto zu locker hinkriegen. So. 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 Da sind wir Hunger. Gut. Besonders, wenn wir jetzt zum Bärflachten, haben wir geführt. Nur 20 Minuten, bis ich lieber gebucht bin. Und das ist vielleicht, auch wenn es eine Ruhe zeigt, muss man es nicht haben. Und hier geben wir einmal 15. Ich würde aber erst einmal das hier benutzen. Leider werden beschwindet, aber werden kaum noch lieben. Es wird auch, also reich, groß lag. Ich habe mir überlegt, wenn jeder will, wo wir abbauen, den Wagen mit Gisten hinzustellen, hinzustellen, dass wir dann so rumgehen. So läuft die Uhr einfach schneller. Und ich denke mal, das ist auch in eurem Interesse, dass der General Simulator nicht so rumgehen, aber. Und dann wird alles versichert. Und dann wird alles versichert. Und dann wird das noch. Da eigentlich. Und dann wird alles versichert. Ja. 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 Ich habe ja in der Sonne gemacht. Ja. 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 Ich konnte mir leider sagen, wie viel. die Fische hätte verbraucht oder ich habe es mir einfach mal in die Kombination. Ich habe da jetzt im Moment einen Effekt, den ich dann bin und bin gefühlt. Aber wieso, dass ich sowas gebraucht hätte? Ich habe ein paar Dinge gedreht, aber ich habe die Dank für die Arbeitsplätze gesagt. Aber ich habe das Gefühl, dass ich den Sitz für diese Handmacht erneut bin. Und auch, um, ein paar Dinge, von Baumwirkus in meiner 70s, als Wirkus war 70s, ein paar Jahre Ich habe ja auch einen 7D Staffing gemacht, leider mit nichts mehr voll, da wo mein Rast mal abgekocht ist, hat auf langer Weise auch nichts mehr gespeichert und somit werden die Teile übernommen. Sehr gut. Okay. 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 So. It was then. Tell me. I know you did bad. I just passed. When you beenden. Nachshause duzen. And then I'm getting slick. Doing a new rose. Hello. So yes. I'm again in processing. I guess I had a new. Possess new energy. So yes. I'm again in processing. I'm again in processing. So can you also come out. Yeah, good. The bear. 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 That's straight. I'm all so. Auch bei Neigrainsolinen, aber... Da. Äh, ging das. Schon so besagt gerade auch. Das ist also Profi. So, jetzt würde ich sagen, wir bereiten das, sagen wir, vor. Und wir sehen uns dann in einer infalligen, nicht vorbereiteten Metz, dass wir das schnell produzieren können. Was hältst du dir davon? Wir haben nichts reinquetschen. Und da habe ich noch nicht mehr vergessen. Ich habe kein Problem. Da kann ich auch mal die vor 30 Minuten machen. Ich habe gesagt, dass wenn ich das mit den Altenriff mal mache, dass das Leck uns gut gemacht, das ist halt nichts zu tun. Ja, wir machen jetzt mal gemeinsam den Sand, den die entdürfen. Wir brauchen drei Öl, glaube ich. So, da muss ich noch Steine, würde ich sagen. So, wir sollten das Öl dann mal vormachen. Wir können es auch machen. So, die letzte Appensternblumen, weil es mit da ist. Wir haben ja sehr witzig und alles. Wir haben ja das Essen, die Lüge, wir bearbeiten in der Obstklinie in Ruhe, dass er noch klarliebt. Und auch die Metzgrüste Maikhaus wird es versuchen, in der Obstklinie in den Stiftfrühstück hinzufügen. Wir haben ja die Daten aufgeschrieben und sind von der Erkranktenprobleme. Wir brauchen hier unser Thema in der neuen Folge. Wir haben das Leben gesund, passen wir auf. Schönes Wochenende für euch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.